Liebe Fans des Autokinos, es gibt kein Autokino ohne Quentin Tarantino. Also darf Death Proof nicht fehlen. Kurt Russell spielt den psychopathischen Stuntman, der in seinem Auto unterwegs ist. Und seine Beute, das sind junge, meist leicht begleitete Frauen. Er jagt sie, sie sind aber auch von ihm angezogen. Es ist ein Film, der wirklich spektakulär ist. Tarantino hat da das Beste aus diversen B-Movies der Autofilmgeschichte zusammengefügt und einen richtig spektakulären Film gemacht. Dieser Film ist dann wiederum so gut geworden, dass er sogar bei den Filmfestspielen in Cannes damals nominiert war und im Wettbewerb lief. Also das ist eine richtig spannende Angelegenheit im Late-Night-Kino vorm Rathaus in Simmern sollte man sich nicht entgehen lassen. Death Proof, todsicher.